Hallo, hi. Ja, es sind schon wieder einige Monate vergangen. Im Juni, Ende Juni, hatte ich aufgehört mit dieser Serie, Losung und Lehrtext, in der Hoffnung, dass alles vorbei ist, dann Ende des Sommers. Aber wie wir jetzt auch wissen, es geht weiter mit der gegebenen Situation. Das heißt, unsere Versammlungen, unsere Gottesdienste sind nicht mehr so, wie sie früher waren. Aber ich möchte trotzdem diese Gelegenheit nehmen, um euch, liebe Geschwister und Freunde, einfach immer wieder einen kurzen, kleinen Impuls geben aus der Losung und Lehrtext. Manche haben dieses kleine Heftchen, Losung und Lehrtext, von den Brüdergemeinden. Und in dem heutigen Text, da steht drinnen, aus Psalm 18, Vers 29, Der Herr, mein Gott, macht meine Finsternis Licht. Und wenn wir den ganzen Psalm lesen, was ich auch empfehle, dann sehen wir, wie gewaltig und auch wie wunderbar unser Herr ist und was er alles macht und kann und bewirkt. Und unser Fokus sollte immer wieder letzten Endes auf diese, ja, einfach auf diese Tatsache sein, dass Gott es ist, der uns eigentlich aus der Finsternis herausführt, ins Licht. Und für viele ist natürlich die Frage, ist der Herr wirklich ihr Gott? Und was bedeutet das eigentlich? Nun, es bedeutet sehr, sehr vieles. Es heißt eigentlich, dass er der Herr ist, dass er Anspruch hat auf mein ganzes Leben, weil er es mir ja anvertraut hat, weil er es mir ja ursprünglich gegeben hat. Und das bedeutet aber auch, dass ich immer wieder, wenn ich das verstanden und kapiert habe, dass ich mich wieder nach dem ausrichten darf und muss sogar, nach Gottes Wort und nach seinem Willen. Was natürlich, und wie wir alle wissen, nicht immer einfach ist und manchmal ganz schön herausfordernd ist. Aber dennoch sind wir aufgerufen, dass diese Tatsache, dass der Herr unser Gott ist, dass wir uns von ihm führen lassen. Und wenn wir das tun, dann führt er uns raus aus der Finsternis. Und manchmal geraten wir in eine Finsternis hinein, wo es scheint, dass es da keinen Ausweg gibt. Aber das ist die gute Botschaft. Es gibt einen Ausweg. Und wir haben es ja jetzt schon gehört. Das ist der Herr. Der Herr ist es. Mein Gott. Mein Gott. Und dann haben wir im Lehrtext auch eine wunderbare Aussage. Und zwar aus dem Markus-Evangelium. Und da heißt es, Jesus antwortete dem Blinden und sprach, Was willst du, dass ich für dich tun soll? Der Blinde sprach zu ihm, Rabbuni, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Und zugleich wurde er sehend und folgte ihm nach auf dem Wege. Für viele ist dieser Bericht nicht neu. Aber was uns immer wieder daran faszinieren kann, ist die Tatsache, dass der Herr wirklich auch den Blinden die Augen öffnen kann. Und es auch tut, es getan hat und auch heute noch tut. Und natürlich ist hier der Bericht von einer physischen Blindheit. Aber von einer anderen Art Blindheit, die noch viel, viel gewaltiger ist, die geistliche Blindheit, da will uns der Herr die Augen öffnen. Um Dinge zu erkennen, mehr und mehr, zu sehen, wie er sie sieht. Zu beurteilen, wie er beurteilt. Einzuordnen, wie er einordnet. In dieser Hinsicht will er auch dich und auch mich heilen und eine Sicht geben, die nicht von uns selbst ist, sondern die seine Sicht der Dinge ist. Das Schöne hier an diesem Text hier ist, dass Jesus auch heute noch Augen öffnet. Physisch, aber auch geistlich. Und vielleicht benützt er dich auch, dass er die Augen öffnet, um anderen auch die Augen da zu öffnen, um Dinge zu erkennen und zu sehen, wie er sie sieht. Jedenfalls wünsche ich dir, euch, einen gesegneten Sonntag und alles Gute, gell? Ja, wer ist denn da? Ja, komm. Ja, bist du brav? Ja, bist du brav? Guten Morgen. Da haben wir einen Besuch gehabt hier. Amen. I will not fear You're always with me Every need I have You satisfy Hear my song, Lord You fill me with music Hear my words, Lord You fill me with praise Take this moment I just can't waste it This one is yours, Lord I give you this day Hear your children, O Lord We are lifting our praise to you Let's sing like incense Now rise to your throne Come dwell in the place Hear my praise to you, Lord 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 You fill me with praise Take this moment Take this moment I just can't waste it This one is yours, Lord You fill my praise to you, Lord I give you this day Come dwell in the place Come dwell in the place Come dwell in the place I just can't waste it This one is yours, Lord This one is yours, Lord I thank you, my praise is yours, Lord I give you this day Amen Amen, Jesus